Horoskop für heute, WIDA, 25. November 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Heute ist ein kraftvoller Tag für den WIDA, der die Art von Energie mit sich bringt, die Wachstum, Tatkraft und Entschlossenheit antreibt. Die Ausrichtung des Mars in Ihrem Horoskop verleiht Ihnen einen feurigen Schub an Selbstvertrauen und Konzentration, sodass Sie sich leichter Herausforderungen stellen können, die sich schon lange angebahnt haben. Es ist ein großartiger Tag, um etwas Neues zu beginnen, sei es ein persönliches Projekt, ein kreatives Unterfangen oder eine mutige Entscheidung, über die Sie nachgedacht haben. Das Universum drängt Sie dazu, Ihr Potenzial auszuschöpfen, erinnert Sie aber auch daran, auf dem Boden zu bleiben. Impulsivität ist zwar für den WIDA natürlich, kann aber zu Fehltritten führen, also nehmen Sie sich einen Moment Zeit zum Nachdenken, bevor Sie handeln. Ihr Selbstbewusstsein wird heute strahlen und andere anziehen, die sich von Ihnen leiten und inspirieren lassen möchten. Wenn Sie sich bisher übersehen oder unterschätzt gefühlt haben, wird sich das bald ändern. Nutzen Sie diesen kosmischen Schub, um sich authentisch auszudrücken und bei Bedarf die Führung zu übernehmen. Achten Sie gleichzeitig auf sich selbst und überfordern Sie sich nicht. Ihre Energie ist kostbar und Ausgeglichenheit ist entscheidend für langfristigen Erfolg. Karriere und Finanzen Beruflich ist dies ein Tag voller Möglichkeiten. Mars verschafft Ihnen einen Wettbewerbsvorteil, sodass es ein idealer Zeitpunkt ist, sich bei der Arbeit durchzusetzen. Ob es sich um eine Präsentation, eine Verhandlung oder einfach nur um das Äußern Ihrer Ideen handelt, Sie werden wahrscheinlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Erwarten Sie Anerkennung von Vorgesetzten oder Kollegen für Ihre harte Arbeit. Vermeiden Sie jedoch, dominant zu wirken. Zusammenarbeit wird Ihnen heute besser nützen als Konkurrenz. Für Unternehmer oder Menschen in kreativen Branchen ist dies ein Tag, an dem Sie Ihren Instinkten vertrauen und kalkulierte Risiken eingehen sollten. Die Sterne begünstigen Innovation, also scheuen Sie sich nicht, über den Tellerrand hinaus zu blicken. In finanzieller Hinsicht ist es ein Tag für vorsichtigen Optimismus. Sie können mit einer laufenden Investition oder einer neuen Einkommensquelle Fortschritte erzielen, vermeiden Sie jedoch impulsive Ausgaben oder risikoreiche Unternehmungen. Konzentrieren Sie sich auf Stabilität und planen Sie langfristig. Beziehungen und Liebe Ihre Beziehungen werden heute wahrscheinlich voller Aktivität und Emotionen sein. Wenn Sie in einer festen Partnerschaft leben, ist dies ein wunderbarer Tag, um sich auf einer tieferen Ebene wieder mit Ihrem Partner zu verbinden. Planen Sie etwas Besonderes, einen Abend zu zweit, ein bedeutungsvolles Gespräch oder sogar eine gemeinsame Aktivität, um Ihre Bindung zu stärken. Venus fördert emotionale Verletzlichkeit, also lassen Sie Ihre Abwehr fallen und drücken Sie Ihre Gefühle offen aus. Für Alleinstehende wieder deuten die Sterne auf die Möglichkeit hin, jemanden Interessanten zu treffen. Eine zufällige Begegnung, vielleicht durch ein gemeinsames Hobby oder eine gemeinsame Veranstaltung, könnte zu einer aufregenden neuen Verbindung führen. Halten Sie Ihr Herz offen und seien Sie im Umgang miteinander authentisch. Familienangelegenheiten können Ihre Aufmerksamkeit erfordern, insbesondere wenn es Spannungen oder ungelöste Probleme gab. Ihre natürlichen Führungsqualitäten werden Ihnen helfen, zu vermitteln und alle wieder zusammenzubringen. Seien Sie geduldig und verständnisvoll, insbesondere mit Ihren Lieben, die möglicherweise sensibler als sonst sind. Gesundheit und Wellness. Ihre körperliche Energie ist heute auf dem Höhepunkt, da Maß Ihren Antrieb antreibt. Dies ist ein großartiger Tag für hochintensive Aktivitäten wie Laufen, Gewichtheben oder Wettkampfsport. Ignorieren Sie jedoch nicht die Bedeutung von Erholungsdehnungen, Flüssigkeitszufuhr und Ruhe, die für die Aufrechterhaltung Ihres Energieniveaus ebenso wichtig sind. Auch Stressmanagement ist heute wichtig, da Sie sich durch Ihren beschäftigten Geist überfordert fühlen können. Integrieren Sie beruhigende Übungen wie Yoga, Meditation oder einen entspannenden Spaziergang in der Natur. Wenn Sie Ihre Ernährung vernachlässigt haben, ist es jetzt an der Zeit, sich wieder auf eine ausgebogene Ernährung zu konzentrieren. Integrieren Sie mehr frisches Obst, Gemüse und Proteine in Ihre Mahlzeiten und vermeiden Sie den übermäßigen Genuss von verarbeiteten oder zuckerhaltigen Lebensmitteln. Spirituelles Wachstum. Auf spiritueller Ebene ist der heutige Tag reif für Selbstbesinnung und Neuausrichtung. Das Universum ermutigt Sie, innezuhalten und über Ihren persönlichen Wachstumsweg nachzudenken. Welche Lektionen haben Sie in letzter Zeit gelernt und wie können Sie diese in Zukunft anwenden? Tagebuch schreiben oder meditieren können Ihnen helfen, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Die kosmische Energie erinnert uns auch daran, dem Prozess des Lebens zu vertrauen. Auch wenn die Dinge unsicher erscheinen, wissen Sie, dass das Universum Sie zu Ihrem höheren Ziel führt. Seien Sie offen für Synchronicitäten und Zeichen, die Sie in die richtige Richtung führen. Tipps für heute. Gehen Sie kalkulierte Risiken ein, aber vermeiden Sie impulsive Entscheidungen. Konzentrieren Sie sich auf Zusammenarbeit und Teamarbeit in professionellen Umgebungen. Verbringen Sie wertvolle Zeit mit Ihren Lieben, um die emotionale Bindung zu vertiefen. Priorisieren Sie körperliche Aktivitäten, sorgen Sie jedoch für einen Ausgleich mit Ruhepausen. Denken Sie über Ihre spirituelle Reise nach und vertrauen Sie auf die Führung des Universums. Glücksfarben, Rot, Gold und Orange. Glückszahlen, 3, 7, 14, 22. Bestätigung des Tages, ich bin eine Naturgewalt und ich vertraue auf meine Fähigkeit, das Leben zu schaffen, das ich mir wünsche. Die Energien des heutigen Tages sind lebendig, herausfordernd und transformativ. Indem Sie sich auf Ihre Stärken konzentrieren und Ihre Schwächen angehen, können Sie das Beste aus allem machen, was dieser Tag zu bieten hat. Die Sterne sind auf Ihrer Seite, wieder nutzen Sie diesen Schwung, um Ihren Zielen näher zu kommen. Täglicher Planetenüberblick. In der heutigen kosmischen Energie dreht sich alles um Sie, Ihre Wünsche, Ihre Ambitionen und Ihren Weg zur Erfüllung. Mars im kühnen Löwen bildet ein Treigen mit dem aufsteigenden Mondknoten im mutigen Widder und ein Sextil mit dem absteigenden Mondknoten in der harmonischen Waage. Die Sterne drängen Sie dazu, Ihre Bedürfnisse anzunehmen und sich auf das Leben zu konzentrieren, das Sie sich wünschen. Dabei geht es nicht um Selbstsucht im negativen Sinne, sondern darum, Ihr Wohlbefinden an erste Stelle zu setzen und Ihre Träume kompromisslos zu verfolgen. Haben Sie sich schon einmal hin- und hergerissen gefühlt zwischen dem, was andere von Ihnen erwarten, und dem, was Ihr Herz wirklich zum Singen bringt? Heute geben Ihnen die Sterne die Erlaubnis, äußeren Druck loszulassen und sich auf Ihre eigenen Wünsche zu konzentrieren. Zu Beginn des Tages sind Sie vielleicht damit beschäftigt, die Erwartungen anderer zu erfüllen, aber im Laufe des Tages werden Sie eine Veränderung bemerken, einen starken Drang, sich selbst an die erste Stelle zu setzen. Es ist nicht egoistisch, Ihrem Glück Priorität einzuräumen, es ist notwendig. Denken Sie darüber nach, wenn Sie erfüllt und erfolgreich sind, können Sie sich besser für die Menschen um Sie herum einsetzen. Welches Ziel oder welchen Traum haben Sie aus Angst oder aus Pflichtgefühl aufgeschoben? Vielleicht fühlen Sie sich heute zu jemandem hingezogen, vielleicht unerwartet. Unabhängig davon, ob diese Person verfügbar ist oder nicht, ist es wichtig, vorsichtig vorzugehen. Anziehung kann aufregend sein, aber sie ist auch eine Erinnerung daran, über Ihre tieferen Bedürfnisse nachzudenken. Sehnen Sie sich nach Verbindung, Abenteuer oder Bestätigung? Diese Gefühle können Ihnen helfen, besser zu verstehen, was Sie sich in Ihren Beziehungen wirklich wünschen. Mit all dieser feurigen Maßenergie, die Ihre Ambitionen antreibt, kann es verlockend sein, alles auf einmal in Angriff zu nehmen. Aber seien wir ehrlich, wenn Sie versuchen, zu viel zu tun, können Sie und Ihre Mitmenschen sich überfordert fühlen. Wenn Sie mehrere Verpflichtungen unter einen Hut bringen müssen, ermutigt Sie die heutige Konstellation, innezuhalten, neu zu bewerten und realistischere Erwartungen zu setzen. Denken Sie daran, langsamer zu werden ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eine Strategie für langfristigen Erfolg. Denken Sie an eine Situation zurück, in der Sie tatsächlich weitergekommen sind, weil Sie einen Schritt zurück gemacht haben. Was haben Sie gelernt? Teilen Sie Ihre Weisheit mit uns. Wir alle könnten eine Erinnerung daran gebrauchen, uns selbst zu zügeln. Wenn Sie über eine finanzielle Maßnahme nachgedacht haben, sei es die Investition Ihrer Ersparnisse, die Gründung eines neuen Unternehmens oder einfach nur die Verwöhnung mit etwas Sinnvollem, ist heute ein ausgezeichneter Tag, um aktiv zu werden. Die Energie zwischen Venus und Saturn fördert praktische, aber inspirierte Entscheidungen, und die Menschen um sie herum werden Ihnen wahrscheinlich ehrliche und vertrauenswürdige Ratschläge geben. Die Ausrichtung des Mars auf den Nordknoten öffnet auch die Tür zum Knüpfen neuer Kontakte. Ob durch ein gemeinsames Hobby, eine spontane Begegnung oder ein tiefgründiges Gespräch, die Energie des heutigen Tages unterstützt, den Aufbau von Beziehungen, die ein Leben lang halten können. Vielleicht entdecken Sie bei diesen Interaktionen sogar einen kreativen Funken, vielleicht eine Zusammenarbeit oder eine neue Projektidee. Haben Sie schon einmal jemanden getroffen, bei dem Sie sofort das Gefühl hatten, in Ihr Leben zu gehören? Erzählen Sie uns von dieser Verbindung. Es ist immer wieder erbaulich, Geschichten über glückliche Zufälle zu hören und darüber, wie das Universum die richtigen Menschen zur richtigen Zeit zusammenbringt. Obwohl der heutige Tag voller Gelegenheiten ist, sich auf sich selbst zu konzentrieren, sollten Sie daran denken, Ambitionen mit Reflexion in Einklang zu bringen. Der Südknoten in der Waage erinnert uns daran, dass Harmonie der Schlüssel ist. Vermeiden Sie impulsives Handeln oder die Jagd nach Anerkennung auf Kosten der Gefühle anderer. Nehmen Sie sich stattdessen einen Moment Zeit, um Ihren inneren Kompass zu überprüfen. Heute erinnern wir Sie daran, dass es nicht nur in Ordnung, sondern sogar unerlässlich ist, sich selbst an die erste Stelle zu setzen. Indem Sie sich auf Ihre Ambitionen konzentrieren, Ihre Beziehungen vertiefen und wohlüberlegte Entscheidungen treffen, legen Sie den Grundstein für eine bessere und erfüllte Zukunft. Worauf möchten Sie sich heute konzentrieren? Ob es ein persönliches Ziel, ein kreatives Projekt oder einfach die Wiederaufnahme des Kontakts mit jemandem ist, den Sie lieben, teilen Sie es uns in den Kommentaren mit. Lassen Sie uns einander dazu inspirieren, unsere Kraft zu nutzen und das Beste aus dieser unglaublichen Energie zu machen.